Ich sitze auf meinem Stuhl und ich schaue aus dem Fenster und ich stelle mir wieder mal die alten Fragen. Wo komm ich her? Wo geh ich hin? Und wie viel Zeit werd ich noch haben? Ich denke nach über die Welt, über das, was wirklich zählt. Ich weiß genau, was mich so quält. Ja, jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird's wieder in die Hände gespuckt.